Stefan Harding Auch Steffen Harding war ein Abt der Zisterzienser und ist ein katholischer Heiliger. Von 1109 bis 1134 stand er als dritter Abt der Abtei Saito vor. In dieser Zeit entstand im Mutterkloster der Zisterzienser ein blühendes Skriptorium, in dem Abt Stefan wahrscheinlich selbst arbeitete. Die Zisterzienser verdanken Stefan Harding viele Texte, darunter die Erstfassung ihrer Verfassung, der Charta Caritatis, das Exodium Pavum und eine Revision der Bibel. Dieses Werk wird auch Bibel des HL. Stefan Harding genannt und sollte einen einheitlichen Bibeltext für alle Klöster des Ordens schaffen. Um 1113 nahm Stefan Harding den jungen Bernhard von Clairvaux in Saito auf. Er wurde dadurch zu Bernhards geistlichem Vater. Stefan trug durch seine Forschungen zur Zisterziensischen Reform bei Er war am Entstehen des Zisterzienserritus beteiligt, an einer Säuberung des Hymnas durch Kompositionen, die er sich aus Mailand erbart, da die Benediktsregel ausdrücklich die ambrosianischen Hymnen erwähnt. Ebenso geht das Stephanus Brevier auf ihn zurück. Als Stefan Harding im Jahr 1134 starb, zählte Saito zahlreiche Tochterklöster, die ihrerseits nach dem Zisterziensischen Filiationsprinzip schon zu Mutterklöstern geworden waren. Die Zisterzienser feiern das Hochfest des dritten Abtes von Saito heute zusammen mit seinen beiden Vorgängern Alberich und Robert von Molesme am 26. Januar. Bis zur Neuordnung des Zisterzienser-Kalendariums wurde sein Festtag am 16. Juli begangen. Bis zur Neuordnung des Zisterziensischen Filiationsprinzip. Bis zur Neuordnung des Zisterziensprinzip. Bis zur Neuordnung des Zisterziensprinzip. Bis zur Neuordnung des Zisterziensprinzip.